Das Problem, das der Griech gehabt hat, stellt, um die Möglichkeit zu finden, mehr Menschen als bisher aus einer wirklich bitteren Not ausbefaufen. Alle helfen sie mit. Die Hilfsarbeit wird durch die ganze Familie durchgeführt. So spart man Arbeitskräfte, die teuer zu bezahlen werden. Nur das Material, Zement, Holz und besondere Facharbeiter müssen bezahlt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vollendete Häuser und Brot, das Zeichen neuer, einfacher Geborgenheit. 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 Geborgenheit.